Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video heute, die 5 besten Pokémon gegen Titan Klurak. Ich habe jetzt einige Runs gelaufen mit sehr sehr vielen Pokémon und habe mir jetzt nochmal so 5 rausgesucht, dass so die sind, die am besten sind, genauso auch wie welche NPCs am besten sind. Also hier in dem Run seht ihr zum Beispiel, dass wir hier Wombits als Partner haben. Ich finde Wombits mit am besten als Partner, weil Wombits Lichtschild spielt. Und Lichtschild heißt, man bekommt weniger Schaden. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Vorteil bei Klurak ist, Klurak resettet deine Werte nicht. Das heißt, den kompletten Kampf über tut Klurak seine Werte nicht resetten. Hier mit der Taktik von Kubidos zum Beispiel, spielen wir direkt am Anfang Magieflamme, um den Angriff von Klurak zu senken. Bei anderen Taktiken, die ich euch auch noch gleich zeigen werde, spielen wir hier zum Beispiel Trugdrehne oder Säurespeyer, um ihm im Endeffekt dazu zu bringen, dass seine Verteidigung sinkt. So, natürlich in der Kombination mit einem Kubidos wäre es sogar super cool, weil man können direkt am Anfang des Kampfes Angriff und Verteidigung senken. Wie gesagt, wir gehen hier zwar auf Angriff senken mit Kubidos, dann setzt er natürlich sehr oft sowas wie Orkan ein. Auch da gibt es ein paar Möglichkeiten, um das Ganze zu umgehen. Das gucken wir uns auch nochmal gleich an. Hier der Vorteil bei Kubidos zum Beispiel ist, dass, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wenn man den Terrortypen Stellar geht und dann Terrorausbruch spielt, macht er ein bisschen mehr Damage und normalerweise senkt man seinen eigenen Angriff. Bei Kubidos ist es aber anders. Bei Kubidos ist es so, wenn ihr Terrorausbruch spielt und ihr die Fähigkeit Umkehrung habt, dann steigt euer Angriff, statt er sich senkt. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir jetzt hier gleich Terrorausbruch spielen. Und deswegen ist auch die Taktik, die ich persönlich mittlerweile mit fast am coolsten finde, mal Kubidos zu spielen. Spielen wir so lange, bis er unsere Werte resettet, einfach normale Angriffe, weil das wird nämlich gleich kommen, dass er unsere Werte resettet, weil vorher sich aufbauen macht eigentlich keinen Sinn, weil er resettet sie ja. Das macht er auch nur einmal, seht ihr jetzt, werden unsere Werte resettet und ich finde ab jetzt kann man egal mit welcher Taktik sich einfach aufbauen. Also in dem Fall, ich werde jetzt hier Terrorausbruch spielen. Bei anderen Taktiken geht dann zum Beispiel Gedankengut oder was ihr halt auch spielt, um euch selber aufzupuschen. So, jetzt in dem Fall, wenn wir jetzt hier auf Terrorausbruch gehen und ihr seht, wenn wir jetzt unsere Taktik ersetzen, er sieht sich ja anders aus mit dem Stallartypen. Wir bekommen ja hier diesen Sternenhagel runter. So, und jetzt werdet ihr sehen, dass jetzt hier als Effekt kommt, genau Angriff von Kubidos steigt, aber auch der Spezialangriff steigt. So, und das ist im Endeffekt jetzt die Taktik. Wir greifen einfach jetzt mit Kubidos so lange an, bis wir halt einfach im Endeffekt mit dem Terrorausbruch uns so stark gepusht haben. Also spätestens nach sechs Mal angreifen, sind wir hier auf maximalen Schaden. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Taktik, weil normal bei anderen spielt man ja dreimal, viermal Gedankengut und greift ja dann an. Und hier greift man einfach durchgängig an. Finde ich sehr cool, wie gesagt, gerade auch im Team spielt sich Kubidos sehr gut, weil man durch Magieflamme dem Gegner ja, wie gesagt, dazu bringt, dass er weniger Schaden macht und das natürlich auch allen anderen im Team genauso hilft. Und auch genauso, wie wenn man zum Beispiel einen Felinara mit dem Team hat, was die Verteidigung des Gegners, also die Spezialverteidigung des Gegners zum Beispiel senkt, oder auch einen Flatterhard zum Beispiel, das bringt ja auch Kubidos was. Also auch hier alle, die ich euch jetzt hier gleich vorstelle, die harmonieren alle im Team. Und das finde ich sehr geil, weil eine komplette Mischung ist sogar eigentlich die beste Kombination, gerade auch wenn die Falle ich vorbereite. Ihr seht, wie man jetzt hier so öfter, wie wir jetzt hier Terra-Ausbruch einsetzen, so mächtiger wird einfach die Attacke allgemein. So, wir sehen hier, zack, und es wird immer stärker. Jetzt sind wir mittlerweile, glaube ich, bei plus vier. Ich glaube, ich habe jetzt viermal angegriffen. Und das geht jetzt die ganze Zeit hoch. Wenn Klurak natürlich noch nebenbei so etwas wie Paralyse oder sowas drauf hat, ist natürlich noch ganz geil, weil er einfach nicht angreifen kann. Wenn ihr merkt, ihr braucht Leben in der Taktik, die ich jetzt hier spiele, ich erkläre euch halt auch nochmal gleich, was ich hier genau gemacht habe, dann müsstet ihr halt zum Heilen Diebeskuss spielen. Wenn man Muschelglocke benutzt, dann braucht ihr halt auch keinen Diebeskuss hier spielen, weil ihr im Endeffekt über Muschelglocke euch hochhalten. Ich habe jetzt hier im Endeffekt keine Muschelglocke drauf, weil ich Tarnumhang spiele. Aber das erkläre ich euch gleich nochmal. Hier wegen diesem Orkan. Weil Orkan würde uns normalerweise ja verwirren. Und das möchte ich halt nicht, dass er uns verwirrt. Deswegen spiele ich jetzt hier im Endeffekt mit Tarnumhang. So, das Schild ging jetzt weg in dieser Runde. Geht ja sogar, falle ich sogar schon drauf. Nee. Aber dadurch, dass das Schild weggeht, greift uns ja dann so oder so nicht an. Und das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Free-Runde und machen ihn jetzt ganz entspannt einfach platt. Ihr seht, die Taktik hier finde ich, wie gesagt, sehr cool. Ist vielleicht nicht die schnellste. Es gibt bestimmt Taktiken, die nochmal einen kleinen Tick schätzen. Obwohl, ob die Hälfte der Zeit ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Daher finde ich es eigentlich okay. So, ihr könnt jetzt doppelt an in dieser Runde. So, ihr seht. Man könnte jetzt nochmal sagen, man würde jetzt einen Diebeskuss spielen, um sich hochzuheilen. Aber gut, brauchen wir ja nicht. Also, ich meine, da geht die Runde jetzt ja drauf. Wie gesagt. So, jetzt gucken wir uns nochmal gleich andere an, die man alle spielen kann. Ich erkläre auch, wie gesagt, wie man sie spielen kann. Keine Sorge. Dann sollte für jedem eigentlich irgendwas dabei sein, wie man sich ein Setup zusammenstellen kann, um halt Lura komplett alleine oder halt im Team zu besiegen. Wie gesagt, im Team ist es halt jetzt bei diesem Run, also bei dem Titan ist es noch einfacher, im Team zu spielen. So, Loot nebenbei. Lohnt sich. Wir bekommen Gewürze, Terra-Stücke, Nuggets, alles mit dabei, Calcium mit dabei. Also, auch da lohnt sich auf jeden Fall, den Titan ein paar Mal mehr zu farmen. Falls ihr noch irgendwie Shiny handen wollt oder andere Pokémon vorbereiten wollt. Also, da lohnt er sich auf jeden Fall. So. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Also, ich habe meinen Kubidos... Oh, wir gehen mal nach oben. So, meinen Kubidos habe ich so vorbereitet, wie gesagt, Tarnumhang. Man könnte aber auch Muschelglocke spielen. Man könnte aber auch rein theoretisch gesehen mit, ja, auch was zum Damage-Pushen spielen, wie Expertengurt. Ich persönlich würde aber eher so einen Tarnumhang oder Muschelglocke euch empfehlen zu spielen. Das ist ein bisschen besser. Tarnumhang, wie gesagt. Dann werdet ihr halt nicht verwirrt durch Orkan. Muschelglocke selbst erklären. Heilt euch halt hoch. So, bei Kubidos ist es ganz wichtig. Hier muss es der Stellar-Terror-Typ sein. Das ist ganz wichtig. Und dann spielt ihr halt mit Mondgewalt, Diebeskuss, Magie, Flamme und Terra-Ausbruch und der Fähigkeit Umkehrung. Und in dem Fall tut halt statt Terra-Ausbruch euch euren Angriff senkt. Durch den Stellar-Terror-Typen halt euren Angriff steigern. Das ist ganz, ganz wichtig. Diebeskuss zum Heilen, Magie-Flamme, um den Spezialangriff zu senken. Hier denkt Spezialangriff des Ziels und Mondgewalt einfach, um ein bisschen Damage zu machen. Das ist ein sehr guter Angriff. So. Ich habe meine so fertig gemacht mit Spezialangriff und KP mit einem mäßigen Wesen. Wenn ihr noch weniger Schaden kassieren wollt, dann würde ich Spezialverteidigung fertig machen. Aber ihr seht, es ging auch mit KP. Nur mal so nebenbei. Aber es würde rein theoretisch gesehen auch mit KP gehen. Aber Spezialverteidigung wäre halt ein bisschen besser. Wie gesagt, aber immer ein mäßiges Wesen. So. Das zweite Poké, was auch super entspannt funktioniert, ist Flatterhaar. Hier ist es ganz so, Leute. Den Terror-Typen auf Fee machen. Ganz wichtig. Es geht. Ich habe ihn auch mit Geist fertig gemacht, by the way. Aber mit Fee ist es natürlich wesentlich entspannter. Also macht ruhig auch Fee. Alte Muschelglocke oder halt auch hier zum Beispiel Tarnumhang könnte man mitnehmen. Wegen der Verwirrung auch da. Und dann gehen wir hier auf Mondgewalt, Druckträne, Diebeskuss und Gedankengut. Hier ist die Taktik so, ihr startet im Endeffekt mit Druckträne. Ich würde so einmal Druckträne mindestens spielen. Danach macht ihr so lange Diebeskuss, bis ihr eure Werte resettet. Und wenn ihr eure Werte resettet habt, dann macht ihr Gedankengut so dreimal und greift danach einfach an. Mondgewalt, Diebeskuss, was ihr halt mit sie braucht. Wenn ihr am Ende dann Sonnentag spielt, hilft es euch, weil Sonnentag pusht euch durch eure Fähigkeit und ihr macht noch mehr Damage. Hier genau das Gleiche. Ich habe meinen mit Spezialangriff und KP gemacht. Spezialangriff und Spezialverteidigung wäre rein theoretisch die etwas bessere Variante für weniger Damage mit einem mäßigen Wesen. Azumerel funktioniert auch, ja, mit Muschelglocke. Hier ist es so, man würde Bauchtrommel und Knuddler spielen mit der Fähigkeit Kraftkuloss, dass physische Attacken besser sind. Ich habe es hier so fertig gemacht mit einem, also Angriff und Spezialverteidigung und ein bisschen KP. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt bei KP und Spezialverteidigung und das Ganze halt mit einem harten Wesen. Mein Problem bei Azumerel ist, es funktioniert, wie gesagt, gut. Und ich habe nur ab und zu mal gehabt, dass wenn ich Bauchtrommel eingesetzt habe, ein Grid kassiert habe zum Beispiel und ich danach halt gestorben bin. Oder ich halt verwirrt war nach der Bauch, also ich mache Bauchtrommel, er macht Orkan, ich war verwirrt, habe mich selber getroffen, bin gestorben. Hatte ich ein paar Mal gehabt, deswegen finde ich die Taktik jetzt nicht ultra gut, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, über Akios brauchen wir nichts sagen, Leute. Akios ist auf jeden Fall mit fast jedem Titan-Raid eigentlich die beste Wahl. Ich habe halt hierbei den Stellar-Terra-Typen drauf, weil sobald man dann die Tafel wechselt, er ja auch immer den richtigen Typen hat. Das heißt, so ist er immer einen Feen-Typ, also er hat immer einen Feen-Bonus, wenn er den Stellar-Typen hat, würdet ihr jetzt im Endeffekt die Tafel auf Pflanze wechseln, dann würde er durch Stellar ja auch einen Pflanzen-Bonus bekommen. Das heißt, immer die Tafel, die ihr benutzt, hat er durch den Stellar-Typen auch in der Terra-Kristallisierung als Bonus. Deswegen spiele ich ihn halt so rein. Teoretisch könntet ihr aber auch den Terra-Typen auf Feen ändern, wenn ihr keinen Stellar-Typen haben wollt, zum Beispiel. So, die Feen-Tafel. Urteilskraft, Säurespeier, Genesung, Lichtschild. Hier ist halt Säurespeier am Anfang des Kampfes. Man kann es auch während der Schildphase spielen, um einfach die Spezialverteidigung zu senken. Genesung für die eigene Heilung, Urteilskraft für Damage und Lichtschild einfach, um weniger Schaden zu bekommen und auch Teammates zu helfen. Hier ist es so genau, es ist auch das Gleiche. Spezialangriff und KP funktionieren mit einem mäßigen Wesen. Spezialangriff und Spezialverteidigung wäre die etwas bessere Wahl. Aber auch da, wie gesagt, funktioniert auch so. Dann, ihr habt das Solo-Video wahrscheinlich schon gesehen, Fedinara funktioniert auch sehr, sehr gut. Hier das Gleiche, man könnte Muschelglocke oder Tarnunghang spielen. Dann spielt ihr im Endeffekt, genauso wie auch bei Flatterhaar, da ist die Taktik exakt die gleiche. Am Anfang des Kampfes, Trugträne, danach spielt ihr Diebeskurs so lange, bis ihr eure Werte resettet. Spielt Gedanken gut und spielt danach einfach Diebeskurs oder auch Hyperstrahl. Gerade mal, Hyperstrahl ist halt ultra stark in der Taktik mit Filinaro. Man kann ihm wirklich, wirklich sehr, sehr viel Schaden zufügen. Oh Gott, er ist wirklich eine Maschine mit Hyperstrahl. Und auch gerade vielleicht im Team eine sehr, sehr gute Variante. Wenn ihr zum Beispiel dreimal Trugträne drauf habt, weil ihr drei Filinaras im Team habt und er ist minus 6 Spezialverteidigung und ihr seid auf Plus wegen Gedankengut, tut ihr mit Hyperstrahl ihn komplett weghauen. Komplett ist es eine Maschine vom Damage. Hier ist es halt ganz wichtig, dass ihr Feenschicht drauf habt, weil dann werden normale Attacken zu Feenattacken. Das ist ganz wichtig. Und auch hier das gleiche Spiel wie bei allen anderen. Spezialangriff und KP funktionieren mit einem mäßigen Wesen. Spezialverteidigung wäre rein theoretisch besser. Beim letzten Video habe ich es vielleicht nicht ausführlich erklärt. Hier nochmal als Zusatz. Poco Sun ist für mich kein guter Angreifer gegen Klurak, aber mit der beste Support. Also nur supportmäßig. Hier ist es so, wir haben halt auch Druckträne, wir haben Nebelfeld, wir haben Lichtschild. Also auch da drei Sachen, die dem Team helfen. Und Verzierung hat den Vorteil, ihr könnt damit im Endeffekt euren Teammate angreifen. Also ihr greift zum Beispiel einen Felinara, einen Kubidos, was bei euch im Team ist, an und erhöht dessen Spezialangriff, also zum Beispiel von Felinara, dass er noch mehr Damage machen kann. Das heißt also, ihr supportet euer komplettes Team mit Druckträne, Lichtschild oder auf jeden Fall Verzierung, der der Damage machen soll. Hier ist es so, ich würde Spezialverteidigung und KP machen. Das wäre die bessere Wahl. Das ist mal ein Outrounder-Pokosan, das geht auch. Das ist halt für beide Raids immer, also für alle Raids immer ein gutes. Aber wenn ihr speziell für Klurak nur fertig macht, KP und Spezialverteidigung und ein Wesen, was euren Spezialverteidigung erhöht. Da ist egal welches, Hauptsache es erhöht eure Spezialverteidigung. Und hier haben wir halt Zuckerhülle als Fähigkeit. Die Pokémon auf der Mitscherseite können nicht ins Schlaf versetzt werden, ist bei Klurak vollkommen egal. So, noch als kleinen Tipp, wenn ihr mit mehreren Leuten spielen wollt und ihr baut zusammen ein Team auf, was im Team funktionieren soll, würde ich kein Azumaril benutzen. Nicht, weil Azumaril etwas anfälliger ist, sondern aus der Begründung, alle anderen arbeiten zusammen. Das Säurespeier von Arceus hilft auch Kubidus. Die Trugträne von Flatterhaar hilft auch Felinara. Und Azumaril ist ein physischer Angreifer. Das heißt, keiner der Schwächungen, die die anderen spielen können, hilft Azumaril. Wie soll ich meinen? Wenn man ein Team aus Felinara, Flatterhaar, Kubidus und Arceus zusammenstellt, helfen sich alle und alle machen mehr Damage. Azumaril wäre der einzige in dieser Kombination, der von keinem profitiert. Außer wenn Pocosan Verzierung spielt. Da ist was anderes. Aber sonst harmonieren alle anderen sehr gut zusammen und das wäre der Grund, warum ich euch eher die empfehlen würde, fertig zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch mit der Erklärung helfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.